Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist nicht einfach da. Und sie kann auch wieder verschwinden. Was das bedeuten kann, sollten wir wissen als GewerkschafterInnen. Hier in Deutschland, aber auch in Europa. Überall. Demokratie ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es ist die Idee, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und ein Leben in Würde führen können. Doch diese Werte sind in Gefahr. Die Demokratie ist unter Druck. Das geht uns alle an. Der Aufstieg von extremistischen Kräften und die Bedrohung der Demokratie erfordern, dass wir uns sichtbar gegen diese Entwicklungen stellen. Es bedeutet aber auch, für diese Werte einzustehen. Bei der Arbeit, in den Pausen und in unserem Alltag. Als Mitglieder der IG Metall stehen wir zusammen für eine starke und lebendige Demokratie, in der Vielfalt und Gerechtigkeit zentrale Werte sind. Eine Gesellschaft des Miteinanders und der Solidarität. Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft kulturell und sozial auf allen Ebenen. Sie bringt unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zusammen, die uns alle stärken. Und gemeinsam haben wir, alle zusammen, viel erreicht. Unsere vielfältige Gemeinschaft fördert Innovation und Kreativität. Denn wenn unterschiedliche Ideen zusammenkommen, gewinnen alle. Vielfalt am Arbeitsplatz schafft ein offenes und inklusives Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt und respektiert werden kann. Alle unsere KollegInnen gehören hierher. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns dafür einstehen. Für Demokratie und ein offenes Europa. Ein Europa der Vielfalt, der Gerechtigkeit und der Würde für alle Menschen. Wir machen Gewerkschaft. Wir machen Demokratie. Ein Bauch. Unfalle. Unfalle. Läzere. Unfalle.